Ja, da bin ich wieder. Und wir spielen nochmal die gleiche Mission. Läuft. Sorry, muss erst mal was trinken. Nehmen wir mal Bomben noch mit. So, auf. In die Schlacht von, naja, Charleschen Gohl. Oder sehe ich. Charleschen, Charleschen. Mein Deutsch ist nicht, ey. Ne, keine Ahnung, was das ist. Ich wollte schon sagen, mein Deutsch ist nicht gut. Stimmt aber so nicht. Frame Drops. Was ist da los? Wo historische Bico. Es ist war los. Diese Sp Color und die Musik geployervolen werden. Wiederollziehen. Meine Kurtone und Duide 4,8 Grad, nur Zwischen und Duide 5,6 Minuten bis jetzt. Ahem, selbst abgestützt... läuft. Da war mir auch ein Wesenflop zerstört. Was ist denn jetzt mit meinen Frames los? Ich habe die Schmerzen. Ja, ich kann jetzt hier sehen. Naja, machen wir noch ein bisschen was mit unserem letzten Flugzeug und dann... ... 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 MMOGA Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen